Der Begriff Geschlechtskrankheiten zeigt es schon. Hier geht es um Krankheiten, die vor allem über die Geschlechtsorgane übertragen werden oder sich dort auswirken. Man nennt sie auch sexuell übertragbare Infektionen. Manche Geschlechtskrankheiten können auch beim Drogenkonsum übertragen werden, sowie von Müttern auf ihre Kinder, in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder danach. Viele Menschen haben irgendwann in ihrem Leben mit einer Geschlechtskrankheit zu tun. Entweder sind sie selbst betroffen oder PartnerInnen oder beides. Weit verbreitet sind zum Beispiel Chlamydieninfektionen, Feigwarzen und Herpes. Aber auch Gonorrhoe, als Tripper bekannt, oder Syphilis kommen seit einigen Jahren wieder häufiger vor. Die meisten Geschlechtskrankheiten kann man gut mit Medikamenten behandeln, wenn man sie früh genug diagnostiziert. In der Regel sind sie auch, anders als HIV, heilbar. Unbehandelt können sie beim Sex an andere weitergegeben werden und einige Geschlechtskrankheiten können auch schwere Folgen haben. Oft merkt man selbst gar nicht, dass man eine Geschlechtskrankheit hat. Denn häufig treten zunächst keine Symptome auf oder man bemerkt sie nicht. Typische Symptome wie Ausfluss, Brennen beim Wasserlassen oder Hautveränderungen an den Genitalien und am After sollte man ärztlich abklären lassen. Außerdem sollte man möglichst die PartnerInnen der letzten Zeit informieren, damit sie sich ebenfalls untersuchen und behandeln lassen können. Da nicht immer Symptome auftreten oder sie nicht immer bemerkt werden, kann es sinnvoll sein, sich auch ohne Symptome regelmäßig untersuchen zu lassen. Am häufigsten werden Geschlechtskrankheiten beim Vaginal- und Analverkehr ohne Kondom sowie beim Oralverkehr übertragen. Mit einigen Erregern kann man sich aber auch infizieren, wenn man Finger nach dem Kontakt mit dem After oder einem benutzten Kondom wieder zum Mund führt. Und mit einem Sexspielzeug oder auch mit Körperteilen wie Finger oder Penis kann man Erreger von einer Person zu einer anderen übertragen. Kondome und Feminome schützen sehr gut vor HIV, können das Risiko einer Übertragung von anderen Geschlechtskrankheiten aber nur senken, denn deren Erreger sind viel leichter übertragbar als HIV. Das Risiko kann man weiter senken, indem man zum Beispiel den Kontakt mit entzündeten Hautstellen oder Wunden vermeidet und kein Blut und andere Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen oder Eiter aufnimmt. Ganz wichtig, gegen Hepatitis A und B und auch gegen HPV, dieses Virus ist der Erreger von Feigwarzen und kann zu Krebs führen, kann man sich impfen lassen. Weitere Informationen zu Geschlechtskrankheiten, Symptomen, Übertragungswegen und Behandlungsmöglichkeiten gibt es unter www.aidshilfe.de slash geschlechtskrankheiten. Dort findet sich auch ein Link zu stellen, wo man sich testen lassen kann, auch auf HIV. Zusammengefasst, Geschlechtskrankheiten wie Chlamydieninfektion, HPV, Gonorrhoe und Syphilis können beim Sex leicht übertragen werden, viel leichter als HIV. Die meisten Geschlechtskrankheiten sind aber gut behandelbar und heilbar, wenn sie früh genug diagnostiziert werden. Symptome treten bei Geschlechtskrankheiten häufig nicht auf oder werden nicht bemerkt. Auch ohne Symptome können regelmäßige Untersuchungen sinnvoll sein. Kondome senken das Übertragungsrisiko, schützen aber nicht vollständig. Für einige dieser Krankheiten gibt es Impfungen.